Der Vormärz hat seinen Namen von der Märzrevolution 1848. Sie verlief zwischen der Zeit vom Wiener Kongress 1814 und 1815 und der Märzrevolution 1848. Ein wichtiges Symbol dafür ist die schwarz-rot-goldene Flagge. Sie steht für Einheit und Freiheit. Wichtige Ereignisse im Vormärz waren zum einen der Wiener Kongress 1814 und 1815, in welchen die Gründung eines deutschen Staatenbundes beschlossen und der Beginn der Restauration eingeleitet wurde. Als zweites kommt das Wartburgfest, welches eine Demonstration von Studentenverbindung war. Die Anfänge der Pressezensur in den KSB dann beschlüssen 1819, der Sturz des Adels in der Julirevolution 1830 in Frankreich, der gescheiterte Putschversuch bei dem Frankfurter Wachensturm und der Protest von sieben Professoren der sogenannten Göttinger 7 1837. Zum einen auch das Verbot des jungen Deutschlands, der Weberaufstand 1844 und das Ende der Epoche mit der deutschen Märzrevolution 1848. Junges Deutschland. Das junge Deutschland war eine Bewegung innerhalb des Vormärzes und verlief parallel zum Biedermeier. Es ging von 1830 bis 1835 und richtete sich gegen die damals restaurative und reaktive Politik. Somit war es eine Bewegung gegen den damaligen Fürstenstaat. Die Ziele dieser Bewegung waren ein geeinigtes Deutschland, da bis zur damaligen Zeit der Deutsche Bund existierte, welcher aus vielen kleineren Staaten bestand und somit Deutschland ein zerstückeltes Land war. Ein weiteres Ziel war die Pressefreiheit, welche durch die Karlsbader Beschlüsse eingeschränkt war. Bei diesen Beschlüssen 1819 wurde die Einschränkung durch das Presse- und Untersuchungsgesetz festgelegt, welche Zensur zur Folge hatten. Das letzte und wichtigste Ziel war soziale Gerechtigkeit. Hierbei ging es ihnen vor allem um mehr Rechte und mehr Bildung für Frauen, aber es war auch ein Protest gegen die damalige Ständegesellschaft. Die Merkmale dieser Bewegung sind, dass die Autoren sehr jung und meist liberal eingestellt waren. Jedoch war ein weiterer wichtiger Punkt der Nationalismus, da Deutschland immer noch ein zerstückeltes Land war. Die Bewegung war geleitet vom Zweifel und Misstrauen gegenüber den Obrigkeiten und somit gegenüber dem Fürstenstaat. Wie bereits erwähnt, wurde die Ständegesellschaft damals auch abgelehnt. Als nächstes kommt die Literatur. Die Autoren kritisierten die politische Situation, weshalb auch die Literatur politisch geprägt war. Die Autoren wollten auf die Missstände aufmerksam machen und forderten eine Veränderung der politischen Lage. Sie forderten einen demokratischen Nationalstaat, Gleichberechtigung und eine Pressefreiheit, da diese stark durch die Zensur eingeschränkt wurde. Die Autoren und Anhänger waren liberal, sozialkritisch und politisch engagiert. Sie lehnten den Absolutismus und die Feudalherrschaft ab und sie waren das Gegenstück zum konservativen Biedermeier, welcher im Gegensatz zum Vormärz den Großteil der Vertretern von Autoren hatte. Gattungen im Vormärz Die Lyrik war die am weitesten verbreitete Literaturgattung im Vormärz. Politische Gedichte und Lieder waren die Hauptformen, in denen Veränderungen gefordert wurden. Heinrich Heine machte auf die Ausbeutung der Fabrikarbeiter und den Weberaufstand 1844 mit dem Gedicht Die schlesischen Weber aufmerksam. Die Werke der Dramatik waren sozialkritisch und politisch. Zwei Dramen, welche die Missstände zwischen Arm und Reich deutlich aufzeigen, sind Georg Büchners Dantes Tod und Wojcik. Als nächstes kommt die Epik. Die Epik war durch ihre kurzen Texte geprägt. Briefe, Skizzen, Reiseberichte, Memoiren und journalistische Texte spiegelten die politische Realität wider. Ein Beispiel dafür sind Ludwig Burns' Briefe aus Paris. In der Literatur der damaligen Zeit war die Politik erstmals ein zentrales Thema in den Schriften. Man spricht hier auch von einer extremen Politisierung der Literatur. Des Weiteren wurden soziale Missstände oft behandelt und verdeutlicht. Somit wurde sich gegen die Romantik aufgelehnt. Ein weiterer wichtiger Punkt war die persönliche Meinung des Autors, was es so zuvor in dieser Form auch noch nicht gab. Hierbei wurden die Schriften meistens als Reiseberichte, Briefe, Gedichte oder anderen hergelegt. Des nächsten Autoren des jungen Deutschlands war Heinrich Heine, welcher von 1797 bis 1856 lebte. Eines seiner wichtigen Werke war Reisebilder. Des Weiteren war ein bedeutender Autor Heinrich Laube, welcher von 1806 bis 1884 lebte, wobei ein wichtiges Werk von ihm das junge Europa ist. Als dritten Repräsentanten für das junge Deutschland haben wir uns für Christian Dietrich Graber entschieden, welcher von 1801 bis 1836 lebte. Ein wichtiges Werk von ihm ist zum Beispiel Napoleon oder die 100 Tage. vor, weil es einfach nicht nur einitnesses Werk ist, das Ganze neue Mittel so zu tun, dass wir uns übernehmen sollen, das sind Wir haben noch keine Ahnung, wir wissen wir euch haben, das sind hier